Guten Morgen, Ola. Ola war er sehr willkommen hier. Wir haben von der habe ich Jaws von Kansas. Wir haben Jaws von der Svonach. Ich weiß nicht, ich wollte von woher sein. Aber ich möchte Freude Gottes mit uns hier sein. Und ich möchte Freude Gottes mit uns alle sein und unsere Horden regieren hier durch diese Morgenstunde hier. Ja, Ola, Ola, willkommen hier für das hier. Wir haben alle gesehen, die Tietje heute und hier auch nicht so. Und ich denke nicht, dass wir diese Botschaft heute merken und so weiter. Dann dachten wir die Klima, die aber nur sind, gleich ein tolles Menschen von der Welt. Sie merken sehr viele Entschädungen von der. Und vielleicht, some von der Entschädungen haben nicht viel Eindruck. Vielleicht meist wird es für jeden, und somit noch ein bisschen länger reden. Und somit wollen sie da vielleicht bleiben, nicht so. Aber das gute Ding ist, dass wir als Christen, wir dürfen nicht warten, aber nie über die Entschädungen werden. Und wir können alle Tage die Entschädungen merken, dass wir drei sind. Hier ist es nicht so. Und wir wollen nur folgen, und wir wollen mit einem Taub. Und das Red Gottes werden. So, das sind die gute Freude, die übernachten, dass wir zum Fairreich haben uns dort, dass wir nicht dürfen, sondern die besten Tage lernen, dass wir unsere Entschädungen merken. Und ich sage, dass die Friede Gottes mit uns hier wieder sind. Und meine Botschaft hat den Teil, die ich gebe, Gott ist still in control. Gott ist nicht in control, weil die Amtsstande Rammann sind, oder die Amtsstande und die Welt durchlaufen. Gott ist nicht in control. Und wir sagen, die Welt haben viele verschiedene Dinge, die sie haben einen Krieg, sie haben Menschen dort mehr. und sie sagen, sie wollen dort daunen, die ihnen dort der Wort peace geben. Das ist ein falsches Denken, das ist ein falsches Friede, was sie an beiden daunen und so wieder. Aber wir können wirklich sehr wie Friede haben, durch Jesus Christus. Und wir wollen uns mal ein paar vorherige Lesen über Johannes 4, von 25 bis 31. John, Chapter 14, Vers 25-31. Und das ist die Geschichte. Diese Dinge, ich habe zu Ihnen, vor mir mit Ihnen, aber die Helfer, der Heilige Spirit, die der Vater, in meinem Namen, will teach you all things und bring to your remembrance all things that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I gave to you, not as the world gives it I gave to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. You have heard me say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes to pass, that when it comes to pass that you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming and has nothing in me, but that the world may know that I love the Father, and as the Father hath given me commandment, so I do. Arise, let us go from here. let you all know of this. that Jesus Christảo vendred me, that Jesus, that Jesus is not even explained, and he was down, and he would pray no more alive, and so on, Und dann sagte ich, dass ich im Heimos verspreken, dass die heilige Jesu kaufkamen, und dass die an die Dinge explinen, und dass die Dinge lehlich mit den Enfilth weitergelehnt werden, und dass ich eben backbringe to remembrance die Dinge, was ihr sagt habt, dass sie eine Worte sozusagen machen können, dass sie eine Worte befinden können, und dass sie eine Worte sind, und dann sagte ich, Peace I leave with you, und dann sagte ich, my peace I give to you. Jesus hat uns einfach ein Frieden gegeben, Aber ich habe gewacht, dass er uns im Frieden war. Und im Frieden kann ich von der Handkrieg ergeben. Und wenn wir sehen, dann ist der einzige, der Frieden war, was er wirklich ist. Wir dürfen uns nicht grün lassen. Er sagt hier, wir sollen uns nicht mehr trocken lassen oder Angst werden lassen. Wir sollen uns nicht mehr trocken lassen, weil wir wissen, dass er erst mal da ist. Und wir sollen da bloß, ich weiß noch, was die 2000 Mösel immer drehen. Dann wären die Menschen alle scared. Die Computers wurden nicht mehr erschaffen und so weiter. Und Wal-Mart, die Schalves wurden alle, die Menschen alle... Die Menschen alle, die Eten wurden alle ausgeklingelt. Sie glauben nur bloß, dass wir das Welteinkommen haben. Sie müssen nicht noch das letzte tun, was sie wieder. Und die Menschen haben sich gegründet. Und das ist ein Frieden, was die Welt anbezogen hat. Und das ist ein Frieden, was die Welt anbezogen hat. Sie machen solche Dinge, damit wir in Frieden leben. Und wenn wir schauen, dass die Welt anbezogen hat. Das bringt immer Konsequenzen mit sich. Und das bringt immer Dinge mit sich, wo es nicht Frieden geben wird. Das ist das Eten, was sich alle angekauft haben. Da können sie nicht drehen führen und stirren, weil sie scheinbar noch troffen alle. Und da gingen dann... Ich kann vergeben, wie viele Millionen die Tannen Eten sie sehen. Was sie dann in den Landfill gegangen haben, was sie in den Weiß gegangen haben. Dass wenige Menschen sich gegründet haben. Noch ein Ding wollte ich mich überdenken, dass wir ein Covid-Abkommen haben. Und wir waren in der Schule geworden. Was sie dann nur an der Schule haben, dass wir in der Schule haben und so weiter. Und gleich nach dem Baden können sie nicht schlucken. Jetzt kann ich mir diese Frage sagen. Sie sehen bloß, dass wir uns nicht hängsten lassen sollen. Jesus hat ihnen Frieden. Und das ist bloß, wo wir Frieden finden können. Und dann können sie anschließen. Und das ist bloß, wo er troffen wird. Die Welt braucht Dinge zu tun. Und die Menschen haben Angst zu holen. Und wieder zu kriegen. Dass sie dependent werden auf Menschen. Und wenn wir sprechen, würden wir das durchlesen. Und das ist bloß, wo sie Menschen verlassen werden. Das wird verlassen sein. So, ich würde sagen, wir haben uns hoffentlichen. Uns Frieden, uns hoffentlichen. Was wir haben, was wir immer waren. Wenn Jesus sagt, wie wir uns verlassen werden. Wie wir immer sind. Und wenn wir mit Jesus leben wollen. Und wir sind uns. Dann können wir ganz klar sein. Dass wir uns freuen sind. Und wie wir sind. Und wie wir uns leben. Und wie wir uns leben. Und so, was die Anstände und Rammens sind. Und wie wir uns leben wollen. Und das ist nur Frieden, und Frieden. Und die Genut. Dass die alle Tage frech. Für uns. Und wir können immer wahr sein. Und ich kann sagen, dass vielleicht viele Menschen, die sich vernehmen können, die merken von dem, was sie nicht gut erleben wollen. Und in seiner Schule hatten wir das anbass, dass wir alle Tage, wie sollen alle Tage, die Entfernung merken, waren auch frech, dass wir mit Jesus wieder gehen wollen, wir wollen unser Leben ganz der Hand drehen, dass Gott verheirlich wird, mit alles, was wir tun und so weiter. Und so auch mit dem neuen Jahr, was wir unser Leben tun haben. Und so haben wir in unserem Leben, dass es alles verheirlich wird, was wir tun mit unserem Leben. Denn wenn man das nicht hat, für die honor und glorie von Jesus Christ, dann hat uns alles nichts geholfen. Und ich sage, dass viele Menschen, die sich verheirern, wenn sie nicht in der Halle gehen wollen, dann glaube ich, dass es ein sehr gute Ding ist, weil keiner von uns sein soll. Aber ich glaube, dass es ein ganz wichtiges Ding ist, wenn man sich verheirern soll, es kriegt für das eine Ding, dass sie, weil Jesus verheirlichen wird mit dem Leben wieder. Das ist die einzige Ursache, glaube ich, für was Jesus hat gemerkt, dass es eine Verheirung sein soll, dass wir uns selbst am übergeben können, dass wir mit einem wieder gehen und am verheirlichen können. So, wenn wir noch in den Proverbs sprechen, sprich ich hier in Vers 21. Der Vers sagt, dass es steht. Es sagt, there are many plans in a man's heart, nevertheless the Lord's counsel, that will stand. So, das ist ein tolles Ding, was die Menschen haben. Es ist ein tolles Ding, was durch die Menschen die Gedanken durchdrehen haben. Ich habe die Leute nicht nur die Zeit, um das abzuschauen. Und wenn man sich dreht, dann klicken wir ein bisschen an, was die Gedanken werden von Menschen, oder wovor Gedanken ein Mensch hat. Und dann sieht man, dass ein average person hat so irgendwo von 5.000 bis 5.000 Gedanken, was er denkt, 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 was er denkt. So, wenn wir dort kicken, dann sagt er, das fehlt nicht so. Und dann sagt er hier, dass er many plans in a man's heart, und dann sagt er, nevertheless, the Lord's counsel, that will stand. So, wie man jetzt immer wahrer, immer wahrer Trinu, Trinu den Haaren drehen, wie man immer wahrer Trinu den Council guen, und wie man immer wahrer, die Gemeinschaft lebendig holen zwischen uns und Jesus, und dort, ja, der Gott anzukommen, der der Haare anzukommen, dort jedem wird uns fehlen, eigentlich so. Wir dann nicht bloß die Bibel lesen, aber wir beten. Wenn wir eine Entscheidung merken, dann dürfen wir auch ganz unbedingt mit Trinu, wenn wir drei guten Knäuel sind, und die Frau, die Gott noch weiß hat, und in den Segen tun, das da auch nicht so. Ich wollte nach Jahren drei Mal, ich habe mich im Fräschert fertig, und wenn ich nicht gehen beten über die Sachen, was ich gestößt wird, dann bleiben wir mit meinen Gewässern ganz ziemlich, dass ich nicht gebeten habe über die Sachen, und die Frau Gottes heute noch sehen wird, und das fertig hat, wenn ich so lange will, das Träbel bleibt immer. So, und ich glaube, Gott, dass es dort dauert, dass es dort bezieht, an mich ein Lassen zu leeren, dass wenn ich eine Entscheidung will merken, dass ich nach dem Kanzel gehe, und dass heute mich kanzeln kann, wo ich die Entscheidung soll merken. Und kurz ist, dass wir uns im Fräschertjahr gegeben haben, und wir haben uns gesehen, dass wir uns im Fräschertjahr vor haben, und wir haben uns im Fräschertjahr vorgelegt, und wir haben uns gesagt, wir wollten nicht, was wir im Fräschertjahr mehr machen wollen, oder nicht. Und wir sind im Fräscherjahr vorgelegt, und wir haben uns im Fräscherjahr vorgelegt, und wir haben uns im Fräschertjahr wieder. Eine kleine Geschichte, was ich damals geschrieben habe, ich habe auch neue Geschichte geschrieben, aber das war eine kleine Geschichte, die ich hier geschrieben habe. Und ich sage, es ist das, dass wir uns im Fräschertjahr vorgelegt haben, und ich glaube, dass es da war. Wir beginnen ein Jahr bei sagen, I'm going to lose weight. Yet March rolls around and the diep books are sitting on the shelf unread and we are 10 pounds heavier. We say I'm going to start exercising and by May the stair stepper and the naughty track is in the closet gathering does. We say we are going to reduce that but by June we are worried about how we are going to pay for the diep books in the exercise machines we bought on our credit cards and that is what New Year's resolutions schaafen don ich so. There waren dole New Year's resolutions die merkt uns in der Achse von da und dole die, wo die dann ein paar Stunden wieder vergeten dole sind gleich nächsten Tag vergeten so dann bleiben paar weg wat die Fahrholen don und dann ist das alle vorbei und dann haft das alle nischt gehalten nicht. Das ist uns leben und dann hier hingerohan sagt die hier hingerohan sagt die ist das New Year's resolutions fade sometimes as fast as they come. How is our ego to follow Christ's peace in his commandments? So wo es ans ego habe ich ans verspreken wat wir jesus verspreken dein wat wir ans bekieren dein habe ich dort gehauen sei wie dort neu gekommen sei wie, sei wie, sei wie druggt je was mit dort habe ich ans leben wort ich dann abgesagt wat wir jesus verspreken dein wat wir würden sein aber ich kann sagen ich kann nicht und ich sehe mich ziemlich sagen dat ein Teil von jesus wollen das nicht haben dat alle neue kommen so ich will ans mal zu verspreken von der wo wir wo wir jesus Dinge verspreken dann wo wir diese in Noten kommen und meine gläufe hab ich dort ab dat wie dort sagen daun wat wir dinge verspreken daun en wat wir der Entschärung wat wir märten daun in da wat wir verspreken daun dat soll dann ganz anbedingst sein dat dat in harmony mit am taub has so wab wir wab wir nicht nix das wab wir ans verspreken jesus gehen ewa nix so hahn als diese menschen erneu jesus resolutions hahn wab wir wab wir wartlich anders sein mit dort wab wir wartlich um viel sein mit dort en wab wir wartlich am das gehörsam sein in das geschehen sein da wab wir alle dach frisch alle dach morgens war der frisch nie mehr und hei sag we alle dach zum morgens nach vare bedürflich am frischen frisch büße und am frischen dach unter fangen und wenn noch wichtig wir für paulis und Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ......